Die Berufung des Matthäus Eine Geschichte aus dem Leben Jesu Einmal traf Jesus einen Mann, der Matthäus hieß. Matthäus war Steuereintreiber und sehr unbeliebt, weil er für die Römer arbeitete, die Israel damals besetzten. Er forderte ihn auf, folge mir nach. Sofort ließ Matthäus alles stehen und liegen und ging mit Jesus mit. Am Abend war Jesus bei Matthäus zum Essen eingeladen. Dort waren auch andere Steuereintreiber und andere unbeliebte Menschen. Als die jüdischen Leiter sahen, dass Jesus mit solchen Leuten Zeit verbrachte, fragten sie, warum gibst du dich mit solchen schlechten Menschen ab? Jesus erwiderte, die Gesunden brauchen doch keinen Arzt, oder? Ich bin gekommen, um Menschen zu Gott zurückzuführen. Die weit von ihm entfernt sind. Ich bin gekommen, die Verlorenen zu erretten.